Das ist jetzt eine neue Dimension, die Jodeln, Volksmusik, Bergdorf, extrem viele laute Menschen und die Jodeln. So, ich glaube, jetzt habe ich klischeeemäßig in der Schweiz alles durch. Fühlt jetzt nur noch, dass jemand kommt, der mir Ricola und Schokolade anbietet. Okay, wir gucken schon komisch. Nicht, dass ich hier von den Bergleuten im schweizerischen Afghanistan gesenkt werde.